Carmen, was machst du denn da? Was du da machst? Ich hatte eine Marienerscheinung gerade eben am Grab. Bei aller Liebe, du wirst doch nicht behaupten, dass dir Schabrackentapier hier am Hundegrab im Schrebergarten die heilige Mutter Maria erschienen ist. Wir sind gute Freundinnen, die Maria und ich, wir sind uns sehr ähnlich, wir haben beide viel durch, wir haben beide Schuhgröße 42, wir essen beide gern diese kleinen Lutscher von der Tankstelle, wir haben beide gern Appa, wir haben beide unser Kind verloren. Entschuldigung, wann hast denn du dein Kind verloren? Als du mich zur Abtreibung gezwungen hast damals. Ja, aber die Abtreibung hat er dir doch nur eingeredet, da war doch gar nichts drin. Du hast doch, ich hab mich schwanger, das war doch der Witz. Ach so.